Diese Schnüffler aus Nadoret sind mit ihr aufgetaucht. Sie werden gleich hier sein. Wie mir scheint, habe ich euch zu früh beglückwünscht, alter Freund. Hattet ihr mir nicht versichert, die Dieben zu eliminieren? Oh, ich bin untröstlich, Magister. Eigenhändig habe ich meinen Männern befohlen, sie zu töten. So falsch eigenhändig in eurer Wahl der Worte ist, umso passender ist es für diese Situation. Wie, wie meint ihr das? Dass ich mich dieses Problems nun höchst selbst annehmen werde. Nein! Sie gehört mir! Ja! Mora! Mein Schloss! Ihr hört sofort auf damit, Kaltenstein! Da irrt ihr. Ich fange gerade erst an, feierter Baron. Mama! Mein Schloss! Einige spielen! Nein! Das war die erste Lektion. Yosmine, wollt ihr so gut sein und unsere Gäste in Empfang nehmen? Mit Vergnügen, Meister. Dieses Mal wird der Triumph unser sein. Bitte? Ja. Ja? Für den Kaiser! Volminictus! Wie? Ja. Komm! Ja! 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 Angriff! Ja! Bitte? Ja! Ja! Huah! der gegner im sinn behalten Ihr seid mir nicht gewachsen. Ja? Was? Ja! Früge den Kaiser! Voll in den Kurs! Oh, mir nicht los! Lick dich, Fint! Aha. Ja. Ja. Bei meiner Treu! Lick dich, Fint! Ja? Komm schon! Zusammenhalten! Blitz dich, Fint! Voll mir nichts! Voll mir nichts! Ja! Bitte? Mach es! Ja! Komm! Ja? Ja! 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 bei meiner treu eure bewegungen sind zuvor er sagt war nicht erwachsen zusammenhalten die 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 Axios A-Vulminatio Wie? Let's die Spin Ja Alles klar Ja 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 Bitte Wie? Angriff Blitz, ich finde Blitz, ich finde Ah Kom, vor Frigo Blitz, ich finde Blitz, ich finde Ja Mhm Für den Kaiser Komm, komm Ah Pulminiktus Pulminatio Pulminiktus Blitz Was? Wie? Los! Ja Ja Hoho Ja Attack! Ja 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 Ha ha Pulminatio Pulminiktus Pulminiktus Ja Ja Was? Ja Was? Ja Für den Kaiser! Pulminiktus 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 Gehört nicht zu den Dingen, die ich euch gelehrt habe Konzentration Wie? Mach ich Ja Komm Ja Komm Zusammenhalten Euer Tbra Leid Ich habe ihre Angriffe analysiert, Meister! Auf diese Weise sind sie unmöglich zu besiegen! Dann passt eure Strategie an! Erinnert euch, mit welchem Zauber ihr den Respekt eures Meisters errangt! Ihr habt recht, Meister. Ist ein Feind stärker als du selbst, macht dir seine Kraft zunutze. Duplicatus Contrarius! Ja. Ja! Was? A kacke! Was? A kacke! 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 Aha. Ja. Was? Huah! Vollmenig! Ja. Komm schon! Ja? Ja? Komm schon! Ja? Komm schon! Komm schon! Vollmenig! Ja? Ja! 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 Alles vorüber ist. Hab Dank, Gerling. Ich stehe tief in eurer Schuld. Doch nicht nur das. Auch euch, meinen Freunden, danke ich. Denn es sind eure Heldentaten, welche die Krone gerettet haben. Es war mir eine Ehre, dieses Abenteuer mit euch zu teilen. Baron vom Eberstamm. Mora und ich haben entschieden, dass wir von nun an zusammenarbeiten. Und somit ist unsere Wette bezüglich der Krone hinfällig geworden. Von uns droht ihr somit keine Gefahr mehr. Da bin ich aber froh, Herr und Frau Fuchsenberg. So, jetzt weißt du es. Nun verstehe ich, weshalb ihr die Geschichte nie erzählt habt. Na, Kurzer? Wie sieht's aus? Kennt meine Tochter nun unser Geheimnis? Ja. Halt! Was ist aus dem Verräter, diesem Rabenmund geworden? Ah, der hat sich noch die Krone geschnappt. Ganze sieben Tage hat er als Kaiser durchgehalten. Tja, an Sven wurde der Prozess gemacht. Und alle, die ihm gefolgt waren, standen nun auf der Verliererseite. Den wahren Schatz, den haben deine Eltern gekriegt. Ein rotzfreches Gör. Hey! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Das wird einen Haufen Gold und gute Worte kosten, das hier geheim zu halten Ja, Kaltenstein hatte Potenzial zu zerstören, aber es hat ihm nichts genutzt Ich wünschte mir, Feires wäre noch am Leben Denn so hat alles einen schalen Beigeschmack Tja, ich weiß was du meinst. Es ist schwer mit diesen Verlusten umzunehmen. Doch ich bin froh, dass wir Kaltensteins Machenschaften beenden konnten. Vielleicht gibt das all seinen Opfern ein wenig Genugtuung. Wer weiß, was dieser Kaltenstein noch alles geplant hat. Was meint ihr? Ich möchte dich gern noch ein wenig unterstützen. Ohne euch würde es mir sehr langweilig werden. Gerling hat sicher Verständnis dafür und stellt mich frei. Sicher, Jakon. Ach, wie gerne würde ich auch nochmal die Zeit haben, neben meinem anstrengenden und zeitraubenden Geheimratsdasein auf Abenteuersuche zu gehen. Aber wie bereits abzusehen? Es ruft der Innendienst. Wenn alles vorbei ist, würde ich euch gern wieder unterstützen, Gerling. Das Wohl des Mittelreiches liegt mir, wie ihr wisst, sehr am Herzen. Und ich glaube, dass ich dort einen guten Beitrag leisten kann. Kann ich noch etwas für euch tun? Der blaue Greif auf weißem Grund. Heraldisch. Ein edles Wappen, was sich diese Verräter da zusammengestellt haben. Aber nun gut. Die eigene Sicht auf die Dinge ist ja oftmals etwas verklärt. Um diesen Ritter von Olmingen tut es mir fast ein wenig leid. Ich glaube, er meinte wirklich, dem Reich etwas Gutes zu tun. Kann ich noch etwas für euch tun? Nun, wenn keine weiteren Fragen sind, werde ich mich auf den Weg machen. Komm näher. Unglaublich, was alles in der letzten Zeit passiert ist. Mein treuer Vorgrenn. Was hätte ich ohne dich gemacht? Ja, das ist eine Geschichte. Wie können wir zu Hause auf Rudes Schilte... Nur unten im alten Weinkeller erzählen. Ja, ich weiß, es wird hart sein, darüber kein Wort zu verlieren. Unsinn, komm zu uns. Du kannst gar nicht stören. Vorgrenn und ich verdanken dir unsere Ehre und unser Leben. Pappala Papp, du hast mehr getan als das. Du hast dich als wahrer Freund erwiesen. Aber sicher doch. Na, du entscheidest. Wir stehen in deiner Schuld. Und wir haben ja auch noch die eine oder andere Geschichte offen. Das Schiff steht dir zur Verfügung. Ach was. Wir wollen doch auch nicht so schnell nach Hause. Was, Arno? Hast du noch Fragen? Hm, schwer zu sagen. Aber das letzte haben wir noch nicht von ihr gehört. Hast du noch Fragen? Haha, schau sie dir an. Was sich liebt, das neckt sich. Wenn die mal Nachwuchs haben sollten, dann Gnade uns Fax. Anstrengend werden. Tja, selbst ich kann den Schleicher mittlerweile ganz gut ausstehen. Pffa. Was sag ich denn da? Kuano hat das Herz am rechten Fleck. Er hat viel gelernt, wie wir alle. Hast du noch Fragen? Sag mal, die Familie dieses Rabenmunds, die soll auch so einige Reichtümer besitzen. Wollen wir wieder wetten? Wir könnten... Ach, du störst nicht. Mora und ich... Können wir etwas für dich tun? Ja, wir sprachen gerade darüber. Wolltest du nicht gerade wieder wetten? Ach, Kuano. Nimm doch nicht immer alles gleich so ernst. Lass uns, wenn dieses Abenteuer vorbei ist, in Albernia zusammen etwas ganz Besonderes aushacken. Willst du noch was? Der Geheimhaltung willen sollten wir besser gehen, bevor die ersten Bediensteten hier auftauchen. Da habt ihr recht. Habt nochmals Dank für eure Hilfe. Ich werde Dajin erst einmal in seinen Gemächern festsetzen. Wir sind auf der Talaria, unten im Hafen. Ich muss jetzt erstmal zum Sanften Ochsen. Dort will mich ein Kontaktmann Grovins treffen. Wir wollen beraten, wie wir noch verbliebene Verräter finden können. Garling, ich bleibe noch ein wenig bei meinen Freunden. Natürlich. Sorgt dafür, dass dem Pfalzgraf nichts passiert. Wenn ihr mich sucht, ich bin beim Sanften Ochsen. Avis zum Gruß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017